Ich bin Felix Remsch, 31 Jahre alt und Sachbauarbeiter in der Buchhaltung bei der LWG Tube. Mein Aufgabenfeld ist deutlich breiter, als wenn man das denken mag. Nicht nur die allgemeinen Buchungen in der Kasse, sondern auch eventuell Kostenanalysen schauen, wo noch Dinge aufkommen, Rücksprache mit den Fachabteilungen. Dadurch, dass wir so papierlos sind und flexibel, bietet es uns natürlich auch die Möglichkeit, vom Homeoffice auszuarbeiten. Das ist gerade für mich super. Ich habe zwei Kinder und das ist für mich persönlich ein sehr großer Vorteil, den mir die LWG Tube bietet und da bin ich glücklich darüber, dass es das auch gibt. Trotz, dass die LWG so groß ist, fühle ich mich als Arbeitnehmer, aber nie zurückgelassen. Wenn ich ein Problem habe, kann ich zu meinen Vorgesetzten gehen. Es wird immer eine Lösung gefunden. Sei es, dass man mal kurzfristig flexibel sein muss. Sei es, dass man mal länger, mal kürzer arbeiten oder später anfangen muss oder eher gehen kann. Das wird immer der Weg gefunden und das finde ich sehr schön. Nun. Bis zum nächsten Mal.